Das Tennis-Finale gestern Nacht endete 6-4-6-4. Wahnsinn, und? Dafür wichtiger ist, die neue Nummer 1 kommt aus Deutschland. Er ist doch bei uns groß geworden. Er hat versprochen, dass er den Club nie wechseln würde. Ich will einfach nur wissen, warum er geht. Was würdet ihr denn zu 35 Millionen sagen? Drei Siege aus zehn Spielen. Das liegt am Trainer, sag ich ja. Der Nachfolger wird schon besucht. Interessante Neukennen? Sportnachrichten. Ja, das kenn ich. Woher? Sky Sport News HD. Ab Winter auf Sky.